Ja das Spiel ist unglücklich für uns 1-1 gelaufen. Es liegt natürlich auch am Personalbedingungen und und und. Also bei mir sind noch vier Spieler gesperrt, drei sind im Urlaub, zwei Stammspieler sind verletzt. Also zur Rückrunde wird es anders laufen, dann nutzen wir auch unsere Torschancen, die wir in der ersten Halbzeit hatten und dann werden wir das Spiel in der Rückrunde auch gewinnen. Ich bin nicht unzufrieden mit dem Punkt, wenn man uns das vorher gesagt hätte, hätte ich den auf jeden Fall angenommen. Vom Spielverlauf her denke ich wäre für uns mehr drin gewesen. Wir hatten, ich denke die klareren Torschancen, die größere Anzahl an Torschancen, aber am Ende sind wir zufrieden nach vier Niederlagen jetzt mal einen Punkt Kohl zu haben. Der Schiedsrichter hat sehr ordentlich gefiffen, muss ich sagen. Der war sehr kleinlich, aber hat seine Linie die 70 Minuten durchgezogen und somit war es auch ein recht ordentlicher Schiedsrichter. Die Schiedsrichterleistung außerordentlich gut. Ich habe mich schon in der Halbzeit und am Ende nochmal bei ihm bedankt, weil das eine großartige Leistung war. Er hat endlich mal die Kleinigkeiten gefiffen, das Schubsen, das Halten. Er hat das Gemecker geahndet, hat zwei Spieler vom Platz geschickt, deswegen fand das sehr gut. Wir haben jetzt erstmal drei Wochen Pause, nächste Woche geht es in die Halle. Aber Rückrunde werden dann auch wieder die verletzten Spieler rankommen, wie eben schon gesagt. Dann kann man natürlich viel mehr ausschöpfen, viel mehr Potenzial ist dann in der Mannschaft und dann werden wir auf jeden Fall nach oben gucken. Nach unseren vielen Abgängen, die wir ja leider hatten, beginnt es sich langsam zu finden. Gerade in der Offensive war das heute schon besser als in den vorherigen Spielen, wo wir auch unsere Chancen haben, aber sie eben nicht genutzt haben. Und ich denke, dass das weiter zusammenwachsen wird und wir da durchaus noch Chancen haben, auch für Wiederspiele zu gewinnen.